Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Dark Ocean. Ich hatte da gerade so ein Problem. Das Spiel, das speichert zwar immer, aber anscheinend doch nicht. Ich hab's ausgemacht irgendwann, ganz klar. Irgendwann ist auch mal Bettzeit, ne? Und irgendwann kann man auch nicht mehr aus der Gänsehaut. Guck mal, da unten rechts steht schon wieder Saving. Trotzdem ist nichts passiert, muss ich sagen. Ich musste alles nochmal spielen. Und ihr könnt mir glauben, ich hatte da wenig Interesse dran. Na super. Was wollen hier noch raus, oder was? Ich hab keine Waffen. Ich hab irgendwie gar nichts. So ein Mist, ey. Ich hab keinen Plan, wohin. Irgendwie müssen wir nach unten ins Warehouse. Na super. Was war das denn? Problem ist, ich hab keine Waffen. Ich kann nur einmal hier mit der Kamera, und die sind garantiert gleich wieder welche. Scheiße, wo spawnen die denn immer? Also Leute, also echt, ich komme ja gar nicht weg hier. Aber hier war ich doch schon mal. Guck mal, hier war ich doch schon mal. Scheiße. Flares! 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 Pick up! Pick up! Flares! Und jetzt raus hier! Schön, was da? Und die Flares raus! Komm! Ja, fackel ab, du Drecksack! Mensch, show up! Mann, lauf doch weg! Ah, endlich! Ist noch einer? Ich hab keinen Plan. One of the items I need to fix. One of these items, yeah. What? Is security alert? Oh, super. Das Schöne, werden wieder alle angelockt hier. Hey, jetzt fahren die hier mit, oder was? Komm, drück die es. Oh, Mann, ey. Ich krieg durch. Scheiße, ich komme hier nicht raus. Oh, nee, ey, Freunde. Freunde, Freunde, Freunde. Also, ich weiß nicht, ob das Spiel wirklich zu Ende zu spielen ist. Oh, da kommt schon wieder einer. Ist der von vorhin? Sind die jetzt schon gespawnt, alle beide? Oh, ja, ich glaube, ja. Guck mal her. Jetzt müsste es ja eigentlich funktionieren. Ja, lauf doch weg, Mädel. Wann läuft der andere da rein? Und wann gehst du kaputt, Alter? Geh doch weg! Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Wo bist du denn? Komm her. Einen Schuss habe ich noch. So ein Dreck, jetzt kommt der nicht mehr her. Achso, das Ding war lockt, ne? Guck mal, geht der weg jetzt? Ja, du mach hin. I must get the items. Ja, was weiß ich, ob ich jetzt schon alle habe oder nicht? Mann, Mann, Mann. Ganz schön buggy immer noch. Also, ist ja ein Studentenprojekt. Von daher... Ach, er... Sag mal, wir müssen mich verarschen. Oh, scheiße. Weg. So rum. Oh, komm her, komm her. Ja. Alter, Krepier. Was ist das? Das Hektfloor-Button ist broken. Ja, willst du mich verarschen? Wo soll ich jetzt hin? Überhaupt nichts mehr. Oh. Was ist das? Some fuel, ey. Dieser scheiß fuel. Hä? Aha. Ohne, ich hab... Was soll das jetzt? Oh, was? Ich beame mir einfach hoch? Ja, okay. Finde mir aus. Ja. Das should be enough. Ja, was passiert jetzt? Nichts. Gut. No, I only have to wait. Kannst du aber nicht. Worauf denn? Ja, dreh ich mal noch langsamer hoch. Ja. Oh, du kannst nicht mal, ey. Alter, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ne, jetzt ist es auch noch locked. I have to wait. Seid ihr bescheuert? Ich hab keinen Schuss mehr. Ja, siehst du? Was liegt da? Liegt da was? Ne, nix. Worauf muss ich denn warten? Und die läuft wie im Schneckentempo. Ich könnte kotzen, ey. Tussi, ey. Entschuldigung, aber. Worauf muss ich denn warten? Ist das jetzt so gedacht? Oh, die sind schon wieder hinter mir. Ja, ist ja gut. Lass mich durch. Auf was muss ich denn warten? Freunde, auf was muss ich warten? Das ist jetzt... Muss das jetzt grün werden hier? Oder was? Oh, nee, ey. Ja, das kann ja nix werden, ey. So, Gesundheit ist gleich im Eimer. Ja, komm weg. Wieso habe ich denn keine Gesundheit mehr, ey? Und worauf warte ich hier eigentlich? Und wer macht diese bescheuerte Musik hier? Ja, der hofft mich jetzt um hier. Komm, hau ab. So, die Musik ist zu Ende. Aufladen. Auf was muss ich denn jetzt warten hier? Wenn ich hier jetzt tot machen muss, dann habe ich leider ein Problem, weil da bin ich eher tot. Geht weg, ihr blöden Wichser. Die laufen mir ständig hinterher, ey. Zucker in der Tasche, oder was? Alter Schwede. Und warum geht das nicht auf? Ja, wisst ihr? Hm. Oh, nee. Trag das doch. Oh, lass mich doch weg. Alter. Mach diese scheiß Tür auf. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier machen soll. Nee, Freunde. So geht das nicht. Ganz ehrlich, bei so wenig Munition hier. Und einer nicht wirklich vorhandenen, nicht wirklich guten Steuerung, muss ich schon sagen. Die ist ja schon wieder hinter mir. Wieso ist die so schnell? Sie muss warten. Aber worauf denn? Musst du was aufheben? Nee. Lächeln. Alter, ich sehe ja auch nichts, was ich noch aufnehmen könnte, um das hier auch nicht zu beschleunigen. Ja, brauche ich auch gleich nicht mehr. Gleich bin ich weg. Also, ich habe so das Gefühl, das wird eher ein letzter Test. Weil, also der Gruselfaktor ist eindeutig da. Ich habe hier die ganze Zeit Gänsehaut, aber ich kann auch nichts machen. Hier, guck mal, hier. Scheiß Tücher. Aber es steht doch nicht, wie lange man warten muss oder wie lange man überleben muss. Da ist keine Uhrzeit angegeben. Gar nichts. Tür geht immer noch nicht auf. Ja, komm. Ich sage euch, wann die Tür aufgeht. Nämlich gleich. Ich werde einen auf die Guschelkriege her. Ja. Na, ist jetzt die Tür aufgegangen? Oh, nee, Freunde. Ja, was soll das denn? Was habe ich... Oh, der brennt. Was ist das da hinten? Warum ist das hier rot? Weil es ja auch brennt. Brenn doch, du scheiß Kerl. Mist. Hätte ja fast funktioniert. Mist. Okay, kann ich wieder vergessen. Ich muss hier erstmal drauf gehen. Okay, komm. Boah, ey, die Musik, die geht einem ja langsam echt auf die Ketten hier. Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Bam. So, ich kann also mit Maus ratsch. Das sind auch alle jetzt, ne? Na hier, guck er hier. Könnte ich sprühen. Richtig? Na, passiert nichts, ist alle. Ich bin alle. Tür auf. Nö, Tür ist zu. Das leckt mich am Arsch, ey. Hier. Da, jetzt könnte ich eigentlich... Muss ich da länger halten? Achso, jetzt könnte ich ihn anzünden, wenn ich denn könnte. Oh, Mann, 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 ey. Okay, nächster Versuch. Was soll der, was soll der Geiz? Oh, ist nur noch einer da. Na, komm ja hierher. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Und jetzt kreppier auch. Und was passiert jetzt? Pass mal auf. Jetzt geht die Tür auf. Ja, ist richtig. Alter. So viel Gänsehaut kann man ja gar nicht haben. Eins, zwei, drei, vier... Oh, fünf. Und jetzt? Ist es durch Licht? Ich trau dem Frieden ja noch nicht. Da unten ist nämlich noch einer. Und der hier drin, der müsste eigentlich auch noch da sein. Jetzt die Frage... Warum ist der nicht gestorben? Probieren wir es mal. Hallo. Hallo. Ja, ne, komm mal her. Alter. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Nein. 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 Oh, jetzt habe ich den letzten Schuss verbraten. Bin ich ein Idiot? Ich bin so ein Idiot, ey. Und hier ist der andere Dödel drin. Ach, du Kacke. Ja, das war ja wieder nix. Das war ja wieder nix. Ach, da ist jetzt offen. Lass mich durch. Oh, hau ab. Aus, aus. Und sie zu. Was war das jetzt? Jetzt stehe ich hier, jetzt stehen die oben gleich. Pass mal auf. The pool having light gone off. Na, super. I get out of their fast. I need to go to the casino. Und was passiert jetzt? Eh. Ich habe so eine Idee, wie man sich bei Outlast fühlt. Nämlich genau so. Aber das war wahrscheinlich die Steuerung ein bisschen einfacher. Und die Möglichkeiten etwas vielseitiger. Ach, du Kacke. Ja, Freunde, bevor wir hier weitermachen. Bevor es hier losgeht. Oh, oh, oh. Da fressen die irgendwas. Ich würde sagen, wir machen Päuschen. Sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.